Und mitten in all dies Elend erklärt uns einer... Warum der Mensch Mensch ist. Er hat uns vor Jahren schon nicht verraten, wann der Mann ein Mann ist. Jetzt probiert er es nach 10 Jahren nochmal mit dem Mensch. Er nuschelt sich wieder in die Charts hoch. Seine liebe Frau ist gestorben vor 4 Jahren. Es war furchtbar und wir haben alle auf der Seite 1 Anteil genommen. Aber es war gut, irgendwie. Nach 4 Jahren flattert er die nochmal hoch. Nee, du fehlst. Fledder, Fledder, Puppetter. Ehrlich. Seit einem Jahr hat er schon eine Freundin, die 30 Jahre alt ist. Er ist glaube ich Mitte 40. Das sei ihm ja gegönnt, aber... Dann zähl ich doch nicht so'n Scheiß. Oh ja, du fehlst. Immer wenn ich mit die Bettina schmus, denk ich an dich. Oder was? Was ist das für Quatsch? Und alle so, oh, ist der authentisch. Oh! Der ist so ehrlich, der Grönemeyer. Oh, der ist echt... Der... Das ist so ein PR-Scheiß. Oder? Und wir gehen ihm voll auf den Leim. Der verkauft sich krumm und buckelig, weil seine Alte vor 4 Jahren gestorben ist. Was erzählt ihr uns da? Macht ihr uns ernsthaft weiß? Der Mensch ist Mensch. Weil er vergisst, was er erzählt. Weil uns Domian versteht und weil Biolek uns quält. Und Mensch ist Mensch. Weil er Faxe schickt, telefoniert und sich verwählt. Weil er Korinten kackt und weil er Erbsen zählt. Der Mensch ist Mensch. Weil er nicht hält, was er verspricht. Weil er hustet, wenn er raucht. Weil er trinkt und dann er bricht. Da 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 da... Ja sicher tut das gleichmäßig weh. Ja sicher! Glaubst du den? Total gleichmäßig weh. Da 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 da... Mensch ist Mensch. Weil er liebt, was er gern quält. Weil er Äpfel einfach isst. Aber Pampelmusen stählt. Mensch ist Mensch. Weil er ausfrisst, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Mensch, Mensch, weil er furzt, weil er sonst schwebt. Weil er schmatzt, wenn er isst, du klebst. Weil er schmatzt, wenn er isst, du klebst. Steht wegen Steuern vor Gericht, weil er in Mönchenblumen gießt und in Monaco-Zeitung liest. Oder Mensch ist Mensch, weil er lübt und gleich vergisst. Und weil er scheiße schreit, wenn man ihn später daran misst. Weil er stinkt, wenn er schwitzt, du klebst. Oh, weil er stinkt, wenn er schwitzt, du klebst. Ole, 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 ole. Danke. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Danke.